Wenn wir in Europa antworten, Russland verteidigt Konventionen zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheit. Artikel 14, Verbot der Diskriminierung. Diskriminierung von USA und Europa, der russischen Bevölkerung in Dombas, Lugansk, Slaviansk, in Ukraine, russische Sprache verboten. Russische Kirchen werden zugemacht, Bevölkerung Russland ermordet. USA und Europa liefern Waffen nach Ukraine, zuvor geliefert Waffen in Afghanistan, Libyen, Irak, Jugoslawien. Jetzt haben wir in Europa Flüchtlinge von diesen Ländern. USA und Europa hatten uns gelogen, dass sie in diesen Ländern Menschenrechte bringen und Demokratie. Russland ist in Syrien und Flüchtlinge von Syrien kommen nach Syrien zurück. Alles andere Lüge und Betrug der Öffentlichkeit. USA und Europa sind wieder Heiden geworden. Die Kirchen in Europa sind leer. Dann gibt es auch keine Werte, nicht. Jetzt Interesse schieben USA und Europa als Werte durch. Ich und wir Bürger Europa antworten Ihnen. Euch schicken oder werden Sie selber gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.